Online-Geister, Hausmeistereien. Hallo, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück, Radio-Hörer, zum letzten Part unserer Folge. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand. Genau, unsere Hausmeistereien, Meldung Nummer 1, BeReal, der TikTok-Killer. Schon mal von gehört? Tatsächlich nicht, bis ich das hier in unserem Skript gesehen habe. Was hast du hier reingeschrieben? BeReal ist eine App für Android und iOS und erlaubt es einmal täglich für zwei Minuten Schnappschüsse aus dem aktuellen Leben zu teilen. Man darf also nur zu einem Zeitraum posten, der von der App vorgegeben wird. Ah, okay, also man sucht sich nicht aus, hat einmal täglich irgendeinen Zeitraum und dann muss man warten bis zum nächsten Tag. Sondern die App sagt dir hier, zack, jetzt hast du deine zwei Minuten. Was machst du gerade? Genau. Oder wie? Genau, dazu hat auch zum Beispiel der Bayerische Rundfunk sogar schon berichtet gehabt, jetzt Anfang des Monats. Und Zitat, BeReal positioniert sich als Gegengift zum Perfektionismus von Instagram und TikTok. Hier sollen User einfach sie selbst sein können. Das Rezept funktioniert bisher vor allem an Universitäten, wo sie von jungen Nutzern zum Teil langweilige Alltagsaktivitäten genutzt wird. Und diese kuriosen Regeln, die da BeReal auch mit aufstellt, hat halt auch jetzt so in den letzten Monaten einen kleinen Hype ausgelöst. Vor allem in Frankreich, wo die App herkommt, damit auch ein kleines Datenschutz. Yay, weil wir jetzt mal innerhalb der DSGVO und innerhalb der Europäischen Union sind. Aber neben Frankreich auch UK und USA, wo BeReal gerade etwas populärer wird. Ob das vielleicht eine Luftnummer ist oder nicht, oder ob das jetzt wirklich auch langfristig eine neue Social Media Plattform wird. Ja, wir bleiben für euch dran. Wollten euch ja einfach mal darüber informiert haben. Ja, ich finde es relativ interessant, weil bei TikTok oder YouTube oder sowas hat man gefühlt den Zwang, immer was Neues zu veröffentlichen. Die, deine Follower, wollen den Content haben. Und bei BeReal weißt du, okay, einmal am Tag, du kannst es nicht genau vorbereiten, hast du halt das einmal Content raushauen. Und dann ist es erstmal gut. Wobei ich denke, wenn ich das anfangen würde, die meiste Zeit sitze ich in Unterhose vom PC. Das wäre vielleicht eher was für Onlyfans. Das ist mir spannend, dass es mir was zu folgen. Auch jemand dafür Geld bezahlen würde. Okay, aber gleich überleitend zu unserer zweiten Meldung, wo ja gerade auch TikTok und Co. erwähnt wurden. Da gibt es ja vor allem Kurzvideos. Also die sogenannte Short-Form oder Short-Videos. Damit sind so irgendwas, wenige Sekunden bis maximal vielleicht eine Minute lange Videos gemeint. Auch vor einer ganzen Weile schon mit Wine. Wenn ihr mal Wine kennt, exakt sechs Sekunden lange Videos. Genau, aber auch in so einer Dauerschleife an der Stelle. Wine wurde ja von Twitter aufgekauft und irgendwann eingestampft Mitte der 2010er Jahre. Und jetzt poppen ja immer mal wieder so ideelle Wine-Nachfolge irgendwie doch hervor. Und Lange Redekurse sind für viele Leute ist anscheinend das Kurzvideo jetzt doch zu kurz geworden. Deswegen gibt es gerade so ein paar neuere Trends. Vor allem, was wieder China kommt an der Stelle. Dort sind Medium-Form-Videos der letzte Schrei. Also nicht mehr wenige Sekunden bis wenige Minuten lang, sondern jetzt halt mehrere Sekunden bis mehrere Minuten lange Videos. Wir nähern uns also wieder den normalen abendfüllenden Spielfilmen. Naja, also abendfüllenden Spielfilmen hast du ja auf YouTube aktuell. Also Video-Essays sind ja aus allen möglichen Richtungen, die halbe bis zwei Stunden lang sind, fast schon enorm geworden. Du müsstest bei dem, was ich auf YouTube so wahrnehme, aber vielleicht bin ich da auch seltsam. Und Medium-Form erinnert mich eher so an, so war YouTube vor 15 Jahren. So haben wir angefangen. Ab und zu mal ein Zwei-Sekunden-Katzen-Video, aber dann auch hier fünf Minuten kurzer Sketch, zehn Minuten Fail-Compilation. Bitteschön. Ich bin vor allem gespannt, wie die Unternehmen darauf reagieren. Denn momentan, wenn ich in Richtung von zum Beispiel Instagram Reels schaue, von YouTube Shorts oder von TikTok, dort wird ja wirklich dieses Short-Format sehr stark gepusht. Also lade halt eben diese 15, 30 Sekunden langen Kurzvideos mit hoch. Also das wollen ja die Unternehmen auch haben. Da bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis sie jetzt sagen, ja, jetzt darf es auch ein bisschen was Längeres sein. Oder jetzt ist es egal, wie lang oder kurz es ist. Hauptsache der Inhalt funktioniert. Da bin ich jetzt mal drauf gespannt, was mitkommt. Über die letzten Jahrzehnte ist die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer immer weiter zurückgegangen. Wird sie in den nächsten Jahren plötzlich wieder zunehmen? Wäre zu wünschen, dass wir wieder etwas mehr Zeit und Hirnschmalz auch auf die Dinge verwenden. Worauf wir auch sehr viel Zeit verwenden, ist beispielsweise Politik. Da waren ja jetzt gerade in Deutschland auch wieder ein paar Wahlen gewesen in einigen Bundesländern. Und im Zuge dessen spielen auch die Social-Media-Plattformen immer wieder eine Rolle. Und da kam jetzt halt auch vor kurzem eine Meldung. Sind politische Inhalte auf TikTok verboten? Natürlich nicht. Wir würden jetzt alle UnternehmenssprecherInnen antworten. TikTok ist eine amerikanische Entität. Mit Meinungsfreiheit, wie ihr auch im Interview in Online-Geistler Folge 53 nochmal nachhören könnt. Ja, und entschuldigt, liebe Hörerinnen an der Stelle, den etwas sarkastischen untertonen. Hört die Folge 53 an, dann werdet ihr auch wissen, was wir damit gemeint haben. Aber der interessante Hintergrund ist nämlich, dass die Mozilla Foundation, das ist also der karitative Arm vom Firefox-Erfinder Mozilla, die haben ein neues Projekt gelauncht, das sogenannte TikTok Observatory. Und das ist so eine Mischung aus Crowdsourcing, Scraping, Bot-Technologien etc. Und die erforschen halt eben, wie stark TikTok und auch andere Plattformen politische Inhalte beeinflussen, zensieren und sich vielleicht auch zu bestimmten politischen Richtungen positionieren oder halt eben auch nicht. Okay, also die gucken erstmal nur rein. Da wird nichts verboten, nichts zensiert. Die schauen erstmal, wie viel Politik ist eigentlich in TikTok. Es wird auch schon geschaut, wie stark Politik beeinflusst wird, weil ja auch einigen Plattformen unterstellt wird, das war ja auch in den USA vor einigen Jahren so ein ganz großes Thema, dass die Silicon Valley Unternehmen sich angeblich in einer bestimmten politischen Richtung bewegen würden und andere dadurch halt eben weniger stark im Fokus stehen würden. Und das will halt eben Mozilla untersuchen, wie stark dem wirklich gegeben ist. Also beeinflussen die Social Media Dienste politische Meinung ja oder nein? Und gerade bei TikTok kann man ja auch wirklich sagen, TikToks Mehrheitsaktionär ist ByteDance, ein chinesisches Unternehmen, das ja auch sehr stark an der politischen Linie der kommunistischen Partei sich orientiert. Und da kann man zumindest kontrovers darüber diskutieren, wie sehr TikTok da vielleicht auch die Meinung der Volksrepublik China vertritt. Aber genau das will halt eben Mozilla herausfinden, ob das jetzt nur Unterstellungen sind oder wirklich Fakt. Politische Meinungen werden sich ordentlich um die Ohren gehauen auf Twitter. Oft auch nicht so nett. Klar, in 280 Zeichen kann man sie nicht so gewählt ausdrücken oder präzise ausdrücken, wie einige das vielleicht sich wünschen würden. Eine Studie der Yale Law School zeigt, dass es vielleicht tatsächlich eine ganz gute Idee ist, Twitter-NutzerInnen Warnhinweise anzuzeigen, bevor sie fiese Tweets abschicken. Es wird eine Meldung, wurde ausprobiert, Reconsidering Tweets Intervening During Tweet Creation Decreases Offensive Content. Das ist die Studie und die hat eben in Vortweets eine Meldung angezeigt. Hier, was du gerade schreibst, könnte vielleicht nicht so nett sein, andere vielleicht falsch verstehen. Denk nochmal darüber nach, ob du das wirklich abschicken möchtest. Und das haben viele auch angenommen und das umformuliert. Genau, die Ergebnisse und die Studie an sich, auch das dazugehörige Paper findet ihr bei uns in den Shownotes verlinkt. Alles bei arcsiv.org. Und ja, letzte große Meldung, da sind wir auch durch für heute. Aus der Reihe Podcast Boom. YouTube und TikTok wollen Podcasts machen und Facebook stellt seine Podcasts wieder ein. Das war eigentlich schon die Meldung. Ja, also TikTok sucht einen Podcast-Mitarbeiter, Twitter arbeitet an einem Podcast-Tab und Facebook, die ja lange Zeit Podcasts gemacht haben, machen wollten, hat, ja, gemacht haben. Viele haben es nicht gemerkt. Ich muss auch nochmal nachgucken. Ja, die hatten ein Podcast-Angebot, aber ab dem 3. Juni dieses Jahres 2022 sind die Podcasts dort nicht mehr verfügbar. Genau, insofern bei TikTok, bei Twitter, okay, klingt interessant. Schauen wir mal, was kommt. Bei Facebook ist es schon wieder erledigt. Und ja, Fazit vielleicht an der Stelle, verlass dich für Content-Verwaltung nie auf Facebook, vor allem an der Stelle. Aber ich würde generell empfehlen, dass sagen wir auch als Podcaster, die wir ja auch sind, am besten selber hosten. Denn wenn man mit externen Diensten zusammenarbeitet, ist man auch immer von denen abhängig. Und da zeigt sich jetzt auch... Da können wir vielleicht nochmal auf eine ganz frühe Folge verweisen auf unser Interview mit Ralf Rute, der ja, obwohl er alle seine Bilder auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und so weiter raushaut und da viele Follower hat und viel Interaktion auch mit seinen Fans hat, hat er trotzdem noch eine eigene Seite, wo er alles hostet, um eben nicht abhängig zu sein. Denn man kann Content-Verwaltung streichen und Facebook mit Social Media ersetzen. Verlass dich für nichts auf Social Media. Genau. Amen an der Stelle. Worauf wir uns aber auf jeden Fall verlassen können, sind qualitativ hochwertige Podcasts. Denn wir hören ja auch selbstregelmäßig Podcasts und ich hatte jetzt einen kleinen Podcast-Hörempfehlungstipp für euch da draußen. Hast du wieder einen Tipp? Schön. Bei Detektor FM gibt es den Spektrum-Podcast und da war vor kurzem das Thema Mathe, Mathematik gewesen. Und ich fand ein paar spannende Einblicke, wie Mathe die ultimative Geisteswissenschaft eigentlich ist. Und da gibt es auch ein sehr tolles Interview mit einem Mathe-Professor, der Mathe als Pflichtfach abschaffen möchte. Denn, ja, Lehrer lassen rechnen, prüfen richtig und falsch, aber Mathe dreht sich um Logik, um Eleganz von Lösungswegen, um neue Möglichkeiten, Dinge herauszufinden. Denn das, was in der Schule seiner Aussage nach unterrichtet wird, ist eigentlich nur Rechnen und keine Mathematik. Deswegen echt spannend. Höherempfehlung meinerseits. Link packen wir euch alles in die Shownotes und damit werden wir jetzt auch hier erstmal durch. Genau, am Ende habe ich noch ein Lied mitgebracht von einer unbekannteren Band, die ich auch erst vor kurzem hingelernt habe. Es ist The Devil Makes Three und das Lied ist I am the man, Thomas. Das war I am the man, Thomas von The Devil Makes Three. Und am Ende schauen wir uns noch das Feedback an. Online-Geister Feedback In unserer letzten Folge ging es ja um das Thema Social Media in China und da hat sich auch bei, in dem Fall LinkedIn, Dr. Stefan Ruppert dazu geäußert. Und Zitat, er meinte gleich vorab, auch ich schaffe es nicht, jeden Monat alle China-Podcasts zu hören. Und deswegen hat er aber trotzdem ein paar vorgestellt und die Online-Geister mit dem Schwerpunkt Social Media in China, auch mit unserem Interview mit der lieben Alexandra, wir waren halt von ihm eines der Gefeatureden gewesen. Und der gute Mann ist halt auch eine der, ich sage mal, China-Korrifäen in Deutschland, was halt eben auch einfach so Content-Empfehlungen mit angeht. Insofern, vielen, vielen Dank für das Feature an der Stelle, vielen Dank auch für das positive Feedback. Vielen Dank, Herr Dr. Ruppert. Und damit sind wir hineingekommen. Das war es für heute. Interessant, hat mich gefreut. Christian hat mich auch sehr gefreut. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's um das Meta-Wurst. Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com. Ordenberg. Oder. Wir haben dieses Quartals. Das war für heute. Wir haben das , was wir in Unders opphorter,